Kapitel 2 Poetisch Hermine lag auf dem Bauch in ihrem Bett im Gryffindor-Mädchenschlafsaal und blickte auf das Pakament. Die »Ich liebe dich« waren klein aneinander geschrieben und formten die Buchstaben zu Dracos Namen. Es sah so gerade aus, als wäre vorher mit einem Bleistift Linien gezogen worden. Allerdings erkannte sie keinerlei Anzeichen dafür. Grün. Smaragdgrün. Slytheringrün. Da musste jemand wirklich verliebt sein. Die Schrift war neben dem verschlüsselten Namen das Schönste. Man könnte keine einheitliche Handschrift erkennen, und jedes »Ich liebe dich« war anders geschrieben worden. Poetisch schön. Mal verschnörkelt und dann wieder gerade wie in einem Muggelbuch. Mal nach links und mal nach rechts. Es war individuell und deshalb schön. Facettenreich, genau wie der Charakter einer Person. Wahrscheinlich so verschieden wie Draco Malfoy manchmal war. Auch wenn ihr Gedanke nicht passte, Malfoy war ein arroganter Schleimbeutel. Dass jemand so einen wie Malfoy lieben konnte, daran wollte sie nicht denken, und es interessierte sie eigentlich auch nicht, wer das schon tun könnte. Aber sie war einfach zu neugierig. Der einzige Grund, weshalb sie nicht in Ravenclaw gelandet war, ihre Gryffindorische Neugierde. Wer benutzte alles grüne Tinte? Pavati Patil hatte welche, das wusste sie, aber Lavender Brown ebenfalls. Dann erinnerte sie sich an den Running Gag vor einem Jahr. Fast alle hatten sich grüne Tinte gekauft, um den Slyzabins und ganz besonders Snape zu zeigen, dass nicht nur Schlangen grün tragen durften. Sie stöhnte. Mit logischem Denken kam sie also nicht weiter. Es könnte jede sein, auch einer der Jungs, was sie stark bezweifelte. Sie starrte schon fast auf die Unterschrift, ob es Absicht gewesen war, dass Malfoy das Pergament bekam. K, B, 2, S, I, S, P, 3, Bindestrich, 1, U, 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 flüsterte sie. Wenn K und B einzelne Buchstaben sind und zwei S zusammengehören, steht I alleine. Genau. Also fünf Buchstaben für den Vornamen, mummelte sie und hielt ihre Gedanken auf einem weiteren Pergament fest. S und P sind dann also die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens. Ähm, 3 bis 1? Was ist damit gemeint? Oder 3 minus 1? Das ergibt 2. Und dann ist U ebenfalls doppelt. Und O und U sind die beiden letzten Buchstaben. Also sechs für den Nachnamen. Pavati kann ich also ausschließen, genauso wie Lavender. Nuschelte sie und rieb sich die Stirn. Also, wenn es eine Slythuan war, was nur sein kann, dann weiß ich auch nicht weiter. Wer ist denn noch mal in unserem Jahrgang? Überlegte sie laut. Mit der besonderen Buchstabenanzahl fiel ihr zunächst um Audrey und Perse ein. Im nächsten Moment lachte sie darüber. Der Typ war doch schon längst aus Hogwarts und er war ein Kerl. Außerdem hatte er keine doppelten Buchstaben in seinem Vor- und Nachnamen. Es war wirklich schwer, die richtige zu finden. Am nächsten Morgen, das Pergament wieder bei sich, kam sie im Gemeinschaftsraum an und traf dort überraschenderweise auf Harry und Ron. Wieso waren die zwei schon so früh auf? »Morgen, Jungs«, grüßte sie die beiden und bemerkte Ronns rote Wangen, als er den Gruß erwiderte. »Morgen, Mine«, grinste Harry sie an. »Hast du irgendwas ausgefressen oder warum grinste so?«, fragte sie misstrauisch. »Hey, ich habe nichts gemacht. Immer bekomme ich den Ärger. Da rettet man allen den Arsch vor Voldemort. Wie dankt es mir, war ja klar«, moserte er herum und drehte sich zum Porträt. Ron sah Hermine an und irgendwas in seinem Blick machte sie nervös. »Ist irgendwas?«, quietschte sie untypisch. Der Weasley atmete tief durch und sammelte sich. »Ich muss mit dir reden«, brachte er dann hervor, blickte erwartungsvoll auf sie herab. »Okay«, antwortete Hermine ihm. »Ähm, also ich fühle mich seit, ähm, wie war das noch, eine lange Zeit durch dich hingezogen.« Nuschelte er. Hermine konnte nicht umhin zu bemerken, dass es wie auswendig gelernt klang und so gar nicht nach Ron. Allerdings hatte sie den letzten Teil gar nicht verstanden. Sie hoffte auf noch mehr, doch Ron machte keine Anstalt, noch irgendetwas zu sagen. Also beschloss sie etwas für sie sehr untypisches zu tun. »Hä?« War gar nicht so schwer, nur kam sie sich plötzlich dümmer vor. Nachdem er seinen Mut zusammen hatte, versuchte er es ein zweites Mal. »Ich fühle mich seit langer Zeit zu dir hingezogen«, sagte er ihr. Eine bedrückende Stille trat ein. »Wer hat dir solche Flausen in den Kopf gesetzt?«, fragte Hermine ihn. »Hermine, ich versuche gerade dir mitzuteilen, dass ich dich verdammt noch mal liebe, und du denkst, ich will dich verarschen? Schönen Dank auch, dann kenne ich ja deine Antwort.«, brauste er auf und drehte sich zum Gehen um. Hermine sah ihm nach, setzte sich dann aber in Bewegung. »Nein, warte, das verstehst du völlig falsch. Ron, bitte, bleib stehen.« Der Rotschopf blieb so abrupt stehen, dass sie in ihn hineinlief. »Uff«, gab sie an seinem Rücken von sich. Sie krallte sich in den Stoff seiner Robe und drückte ihren Kopf an ihn. »Ich liebe dich doch auch, du Trottel«, sagte sie leise, aber so laut, dass Ron sie hören konnte. Dieser grinste wie ein marijuana-rauchender Hund. Hermine ließ ihn los, und er wandte sich zu ihr. Sie war mindestens genauso rot wie er. »Sind wir jetzt zusammen?«, fragte er vorsichtig. »Natürlich, Ron«, sagte sie resolut. Beide grinsten sich nach ihrem Ausspruch verliebte ihn nicht an. Als sie dann händchenhaltend in die große Halle kam, grinste Harry wieder so. Und jetzt wusste sie auch, warum es ihr nicht gefiel. Es war so wissend. Harry hatte von Rons Geständnis gewusst und deshalb so gegrinst. Wenn er mitbekam, dass sie das festgestellt hatte, musste sie sich entschuldigen. Aber sie wollte nicht. Immerhin stellte der schwarzhaarige Wuschelkopf ständig etwas an. Nur logisch, dass sie ihm das unterstellte. Jetzt wurde ja auch klar, von wem Ron diese Worte hatte, die er selbst niemals gesagt hätte. Harry war also ein kleiner Romantiker. Sie wollte gar nicht wissen, was für Kitschromane er las. Der Potterspross schien ihre Gedanken mitbekommen zu haben und sah sie empört an. Hatte sie etwa laut gedacht? »Ich lese keine Kitschromane«, sagte Harry beleidigt. Anscheinend hatte sie. »Reg dich nicht so auf, ist nicht gut für den Blutdruck.« Darauf wurde ein »Du mich auch« erwidert und Harry aß sein Frühstück weiter. Ron schien im siebten Himmel zu sein und gar nichts zu bemerken, bis er allerdings mit dem Frühstück konfrontiert wurde und mächtig in sich reinschaufelte, was er in die Finger bekam. Hermine fiel auf, dass Harry irgendwann in einer Art Traumwelt abdriftete. Alles Wedel in ihrer Hand nützte nichts. Er reagierte nicht auf sie. »So eine Frechheit!« Sie bewarf ihn mit einem Stück Toast. Harry blinzelte ein paar Mal und fokussierte dann seinen Blick auf Hermine. »Was soll das?« fragte er sie. »Du hast mir nicht zugehört«, erwiderte sie. »Musste er nicht wissen, dass sie gar nicht mit ihm gesprochen hatte?« »Du hast was gesagt?« meinte er verwirrt, anscheinend noch nicht ganz aus seiner kleinen, hübschen Welt. »Ja, aber jetzt will ich auch nicht mehr. An wen hast du denn gedacht?« erwiderte Hermine. Der junge Potter schenkte ihr nun ein geheimnisvolles Lächeln. »Sag ich dir nicht.« »Daneben nicht«, sagte Hermine spitz und wandte sich ihrem Teller zu. Harry verdrehte die Augen und beobachtete dann wieder Blaze Sabini dabei, wie dieser Marmelade von seinem Finger leckte. »Wie gern wäre er jetzt Blaze Finger.« »Wie gern wäre er jetzt Blaze Finger.« » === »